Hallo und herzlich willkommen zurück zum rudimentalen Adventskalender auf startdrumming.de. Heute öffnen wir das 10. Türchen und da geht es um den Six-Stroke-Roll. Wir spielen also jetzt 6 Schläge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dieser Wirbel wird wirklich sehr häufig verwendet und ist sehr, sehr interessant, denn er wird sehr häufig am Schlagzeug verteilt verwendet. Und wie das aussieht, das zeige ich dir jetzt. Das war jetzt der Six-Stroke-Roll. Du siehst, das kann man sehr, sehr gut als Tram-Lick einsetzen. Mehr dazu in meinem Rudiment-Kurs. Gutschein-Code findest du unten oder im i. Und zudem auch noch einen Gutschein-Code zu meinen Memberships, also der Silver und der Gold. Schau da auch mal rein, wenn du dich für alle meine Kurse interessierst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Six-Stroke-Roll. Morgen geht es weiter mit dem Seven-Stroke-Roll. Bis dahin viel Spaß und nicht vergessen, start drumming! Ich warte jetzt weiter mit dem